Darf ich jetzt noch ein Bier haben? Aber das war der letzte! Das letzte! Das letzte! Ja, und kannst du kein neues kaufen an der Tankstelle? Nein! Ich hab kein Geld! Aber du kriegst ja Taschengeld! Und trotzdem will ich da... Oh, von Delta und Stark! Doch, du bist schon stark genug, der Möcht. Lampa, du bist ein Mädchen und du kannst nicht mal Pukke spielen! Hahahaha! Da hat er allerdings recht, ich hasse PUBG! Schatz, was war das jetzt? Was war das denn? Ich bin grad mal auf meinem Steam-Account, ich hab PUBG Spielstunden... Äh, wo ist es denn? Da... 81 Stunden! In Rainbow Six hingegen hab ich 1600 Stunden und ja, das sagt schon alles. Ich sag nur eins, äh... PUBG Hashtag ESL Ready! Hahahaha! Verpackter Scheißdreck! Sobald es wieder spielbar ist, kann ich gerne wieder mal einsteigen, weil jetzt aktuell... Vergiss es! Keine Chance! Insertion in 5 Seconds! Kannst nicht mal PUBG spielen! Hahahaha! Äh, ich hab A-Video auf einem Kanal, wo ich 3 Kills in Folge in PUBG mach, Ach, das war echt nice, aber eine Ausnahme eher. BITS! Nice, Jakob! Ach, komm! Ich stehe hier viel zu offen, ich stehe hier viel zu offen, ich stehe hier viel zu offen... Hier stehe ich besser... Oh, da ist jemand... In der Ecke hier ist niemand... Jakob! Hicke mich am Arsch! Gut, ich geh jetzt mit rein, weil... Oh fuck, kommt hier noch nicht mehr... Auf die Stairs noch unten... Pass auf Elbe an! Ja, komm weg! Pass auf Elbe auf! Pass auf Elbe auf! Pass auf den weißen Van bitte auf, bevor ich gleich geraimt werde! Warte, ich gucke! Ja, hab ihn im Blick! Oh, Termine! Es ist kein Erdrinnen! Elbe bei mir! Ich hab's ja erwischt! Smoke fehlt noch! Boah! Ist der oben? Fuck, der hatte ich halt... Ah! Alter, fliegt er! Nice Job, Team! Gefällt mir! Ah fuck, der hatte ich grad mit dem Skyro Launcher in der Hand! Und... Er ist noch von da aus schön die Edge runtergefallen! Ja! Good Job! Good Job!